ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Hast du noch nie etwas von Leis gehört? Nein. Was stellst du dir dir vor? Leis? Leislig? Leis ist ein Ort zu glauben, oder? Ah, Leis? Ja, das kenne ich gut. Leis ist meine eigene Frau. Deine eigene Frau? Ja. Die Abkürzung von der Kulturfabrik ist Kufa. Was könnte das bedeuten? Könnt ihr euch vorstellen, in Leis Ausgang zu gehen? Wenn es wenig ist. Wie heisst der Bach, der Leis fließt? Leisbacher wäre ja auch Leisbacher. Leisbacher, Bach. Leisbacher. 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 Ich bin gerade auf Kassi. Bravo! Sehr gut! Okay, Leis ist eine Stadt oder ein Dorf? Dorf. Ist eine Stadt? Scheisse. Zeigst du schon eine Stadt. Aber wie viele Einwohner ist denn ein Dorf, eine Stadt? 10'000. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und wie viele Einwohner hat er jetzt Leis? 10'000 und 1'000. Leisbacher. Könntest du dir vorstellen, dass das auch der Name einer Stadt sein könnte? Aha! Ja, das könnte sein. Und wo liegt eigentlich die? England. Großbritannien. Genau. Ein bisschen weiter oben noch. Schottler. Was bringt dich mit Leis sonst noch so in Verbindung? Gar nicht. Ähm, abgelegen. Dreckskauf. 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 Leis ist cool. Ey, Topo. Gutes Fajama. Hast du gewusst, dass Leis abkürzig ist? Ja, Taylor ist das. Das ist der Sänger von Aerosmith. Der heißt Taylor. Woher bist du? Dallas, Texas. Dallas, Texas. Ja. Ja. Was denkst du, dass, ähm... Wearing a gun in Switzerland ist forbidden? Am 27? Ja. Okay. Wie bist du bei? Ja, du hast meine Stor auf der Liste, zwei Jungs. Ähm... Ich war schon mal zu Leis im Ausgang. Ähm... Nein, das war Zollofon. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Dimi. Ich liebe Tübelibar. Ich bin Rolando. Ich liebe Tübelibar. 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 Eh, sono tutti un po' pazzi. Hahaha.